Also ich möchte das mal kurz aufnehmen. Also so aus einer Laune heraus haben wir 1999 den ersten 3D-Laserscanner gekauft. Wir waren also tatsächlich einer der ersten mit in Deutschland, die sowas hatten. Und einfach nur, damit Sie mal so einen technischen Vergleich sehen, unser Laserscanner, den wir damals gekauft hatten, das war ein Laserscanner der Firma Calidus. Der hat eine Million Messpunkte in 15 Minuten gemacht. Das war natürlich sehr langsam und sie brauchten dafür so einen Koffer als Computer. Und der Scanner selber hat 25 Kilo gewogen. Und Verlängerungskabel, weil alles mit 220 Volt funktioniert, Sie können sich gar nicht vorstellen, wie viele Verlängerungskabel wir im Keller liegen haben. Also das ist schon einiges. Und heute braucht ein normaler Laserscanner eine Sekunde für eine Million Messpunkte. Das ist schon in den letzten 20 Jahren einiges, was an technologisch passiert. Und seit dieser Zeit, seitdem wir diesen 3D-Laserscanner haben, haben wir auch angefangen, Software zu entwickeln. Unser erstes größeres Projekt, was wir hatten, war damals die 3D-Vermessung des Brandenburger Tores in Berlin während der Sanierung. Und da haben wir auch mit unterschiedlichen Systemen gearbeitet, also Messsystemen, um überhaupt das Brandenburger Tor mit allen Details aufnehmen zu können. Und daraus haben wir angefangen, unsere Software Scalypso zu entwickeln. Und die möchte ich Ihnen jetzt einmal kurz vorstellen. Also Scalypso sehen wir so als die Brücke zwischen Punktwolke und CAD. Und wir selber sind auch kein, halte das hier, wir sind selber kein CAD-System, sondern das CAD-System ist altplan. Und da erfolgt natürlich dann auch die BIM-fähige Modellierung. Jetzt muss ich mal sehen, ob ich das hinkriege. Also Thema ist letztendlich, wie kommen wir von der Punktwolke zum digitalen Zwillingen. Das hört sich alles ganz einfach an. Ist im Prinzip auch einfach, wenn man da die richtigen Tools einsetzt. Unser Weg ist es letztendlich nicht, die gesamte Punktwolke zu betrachten, sondern wir betrachten eigentlich immer nur die Elemente, die tatsächlich notwendig sind. Was wir hier sehen, ist eine modellierte Kirche mit Punktwolke als Umgebung und einfach zu sehen, wie die Kirche im Kontext sich darstellt. Unsere Software Scalypso wird in zwei unterschiedliche Bereiche aufgeteilt. Einmal in Bereiche für strukturierte Daten, also für terroristische Laserscan-Daten. Da müssen wir den Scalypso-Converter als erstes bemühen, der die unterschiedlichen Scanner-Formate, also das können also native Formate von den Scanner-Herstellern sein oder eben halt auch E57 in unser Scalypso-Format überführt. Und wenn das getan ist, dann nehmen wir den Scalypso-Modeller und arbeiten damit weiter und können den Scalypso-Modeller noch um verschiedene Module erweitern, zum Beispiel ein Pipe- oder BIM-Modul, um halt die entsprechende Fachreplikation zu unterstützen. Und wir übergeben von unserer Applikation die Daten in Echtzeit ins CAD-Programm. Also es wird kein Zwischenformat abgespeichert. Das ist die zweite Applikation. Da geht es um die Bearbeitung von unstrukturierten Daten. Also wenn Sie zum Beispiel Daten von einem Navis-Laserscanner haben oder ein anderes mobiles System, da können Sie dann die E57-Datei direkt einladen und verarbeiten und übertragen die Information, die notwendig ist, um daraus ein 3D-Modell zu generieren, direkt ins CAD. Wir übertragen aus Scalypso-Modeller oder Mobile die grundsätzlichen Informationen, die Sie brauchen, um daraus das Modell zu erstellen. Also wir übertragen 3D-Linien oder eben auch Flächen oder 3D-Körper. Die werden aus der Punktwolke berechnet. Deswegen ist es auch ganz gut, wenn die Punktwolke immer lokal auf dem Rechner liegt und nicht irgendwo im Netz, damit wir auf die vollen Daten zugreifen können, um daraus die entsprechenden Informationen berechnen zu können. Und was ganz wichtig ist, das werde ich also häufig gefragt, ist, wie sieht die Verbindung aus zwischen dem CAD-Programm und der Punktwolke? Also wir stellen einmal das CAD-Programm, wird einmal orientiert, einmal in ein Koordinatensystem überführt und wenn Sie das einmal abgespeichert haben, bleiben diese Informationen behalten natürlich und Sie haben die Verbindung zwischen CAD und unserer Applikation und es bleibt auch bestehen und wird auch während der gesamten Arbeitszeit nicht verändert. Das heißt, wenn Sie dann hinterher nochmal rangehen und weitere Informationen brauchen, um Ihr Modell verdichten zu können, ist es natürlich kein Thema, die Daten ranzuholen, obwohl es zwei unterschiedliche Programme sind. Hier ein kleines Beispiel, das Thema ist ja auch einfache und schnelle BIM-Modellierung und hier zeige ich Ihnen mal so im Schnelldurchgang, wie wir jetzt zu einem BIM-Modell kommen. Also hier haben wir einmal die Arbeitsoberfläche von den Scalypse Modeller. Wir arbeiten in dieser planaren oder sphärischen Umgebung, also wir berechnen aus der Punktwolke ein fotorealistisches Bild, in dem wir arbeiten. Das hat auch den Vorteil, dass derjenige, der nicht auf der Baustelle war und gescannt hat, sich hinterher viel besser orientieren kann, als wenn er sich jetzt durch die Punktwolke mit zum Beispiel Clippingboxen durchmanövrieren müsste. Hier haben wir jetzt einmal das Treppenhaus gescannt und jetzt geht es darum, ein Allplan-Projekt aufzusetzen. Wir müssen also die entsprechenden Informationen, die wir brauchen, um nachher effektiv ein 3D-Modell zu erstellen, als erstes Grundlagen erschaffen. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal ran und rechnen einen vertikalen Schnitt durch das gesamte Projekt, übertragen diesen Schnitt in Echtzeit ins Allplan. Dadurch, wir haben also entsprechende Tools in Scalypse. Wir können also einmal eine Schnittebene bestimmen und einmal dann die Schnittbreite. Wir können hier auch, wenn wir wollen, eine Auszündung der Punktwolke berechnen, wählen eine Farbe vor und übertragen das dann ins Allplan. Das geht in Echtzeit, also Sie haben dann zwei Bildschirme und dann geht das in Echtzeit in den zweiten Bildschirm rein. Das ist jetzt hier die nächste Folie. Und so wird das dann übertragen. Sie sehen jetzt hier im Allplan einmal den Schnitt durch die Punktwolke. Die Daten werden eins zu eins übertragen, also es ist kein Versatz statt, also die haben die gleichen Koordinaten in der Punktwolke wie im CRD. Also das ist eins zu eins übertragen, aber in dem Fall nur ein einfacher vertikaler Schnitt als erste Grundinformation, um mein Allplan-Projekt aufsetzen zu können. Ich muss das nochmal wieder sagen, Koordinatensysteme der Vermessung und Cut-Bearbeitung sind identisch und bleiben auch identisch. Die werden nicht weiter verändert. Und was machen wir auch grundsätzlich in Skalypse nicht? Wir übernehmen die Punktwolke so, wie sie vom Vermesser geliefert wurde und machen auch absichtlich keine Berechnung mehr, meinetwegen um noch irgendwelche Rauschfilter draufzusetzen, weil wir einfach sagen, so wie der Vermesser die Punktwolke abgeliefert hat, ist sie fertig und die wollen wir auch nicht mehr weiter verändern. Jetzt sind wir im Allplan. Jetzt müssen wir ein Allplan-Projekt auflegen, um damit hinterher auch entsprechend schnell arbeiten zu können, müssen wir als erstes die sogenannte Bauwerksstruktur im Allplan bestimmen. Das heißt, wir gehen ran, holen uns die einzelnen Höhen. Ich habe jetzt hier, oder habe ich hier so einen? Weiß ich nicht. Also wir holen uns die Höhen aus dem Punktwolken-Projekt, Oberkante Fertigfußboden, Unterkante Decke und übertragen das in unsere Bauwerksstruktur. Das wird für jede Etage einmal festgelegt und abgespeichert und dadurch habe ich auf der Allplan-Seite mein Höhen-System eingegeben. Also ich weiß, wo ich mich auf der einzelnen Etage befinde und habe meine voreingestellten NN-Höhen oder absoluten Höhen. Und wenn ich das denn getan habe, kann ich eigentlich anfangen, ich sage immer wie das Brezelbacken, anfangen mir Räume zu generieren. Also ein einfachstes Allplan-Element ist ein Allplan-Raum und wenn Sie diesen Raum haben, können Sie darum automatisiert auf der Allplan-Seite weiterarbeiten. Wir gehen also oben in den Scan rein, klicken auf jede Wand, generieren aus diesen zwei Punkten, berechnen aus diesen zwei Punkten 3D-Linien, die verschneiden wir automatisch im Raum und übergeben das als Allplan-Raumelement. Ich werde immer gefragt, wie wir auch Wände erzeugen können. Wir können natürlich keine Wände erzeugen, weil der Scanner nimmt nur die Tapete auf. Der sieht das ja nicht weiter, was dahinter ist. Das muss dann hinterher der Planer, der Konstrukteur, der weiß dann zum Beispiel durch Zerstören, Untersuchungen oder wie auch immer, das ist eine Ziegelwand und kann dann, bräuchte ich die entsprechende Auswahl, in Allplan sagen, okay, hier kommt jetzt mit der Funktion Autowand, bauen wir jetzt eine Ziegelwand ein, da wird das ganze Ding ausgefüllt und es wird für den gesamten Workflow in Allplan auch die Ziegelwand vorgehalten. Denn hinterher, wenn Sie die Wand definiert haben, können Sie Türen und Fenster einbauen, die werden dann auch automatisiert in Allplan reingeschnitten, sodass halt auch die entsprechenden Volumenberechnungen stattfinden. Das heißt, wir haben einen immer eingeschlossenen Workflow. Wir brauchen nicht irgendwelche Zwischenkonvertierungen machen, sondern wir bleiben sauber drin und holen uns immer nur die Informationen, die wir brauchen und schreiben alles andere in Allplan rein. Ich hatte eben gesagt, dass wenn wir die Wände gemacht haben, also wir haben jetzt hier die einzelnen Allplanräume produziert, dann können wir automatisiert Innenwände und Außenwände generieren. Das wird entsprechend in Allplan einfach angegeben. Ich mache jetzt Innenwand mit Ziegelmauerwerk oder kann auch Trockenbauwand sein, alles was es in Möglichkeiten gibt. Und genauso wird die Außenwand definiert. Dann habe ich mir schon in Skalypso die Fenster- und Türpositionen übertragen und baue mir dann mit dem Allplan-Element meine Türen ein. Wenn ich natürlich im Denkmal-Schutz bin, muss ich mir die Tür oder das Fenster-Element, also zum Beispiel das Kasten-Fenster, einmal vorher definieren, einmal als Allplan-Element abspeichern und kann ich es jederzeit wieder rüberholen, sodass ich hinterher durchgängig immer auf der Allplan-Seite saubere Elemente habe und mir mein BIM-Modell auch aufbauen kann. So, und so sieht das Ganze dann gerendert aus, die einzelnen Etagen. Hier sind natürlich noch viele Schritte noch zwischen, aber letztendlich besteht das ganze Modell eben aus Türen, Fenster, Wände und Decken natürlich. Und diese ganzen Informationen werden halt auch entsprechend vorgehalten und abgespeichert. Das sehen wir hier, ist die Bauwerksstruktur einmal angegeben, wie das Ganze aufgebaut wurde und die ganzen einzelnen Elemente sind vorhanden. Ich kann mir auch ziemlich sicher sein, dadurch, dass ich das Ganze halbautomatisch immer aufgebaut habe, wenn ich es hinterher als IFC exportieren will oder auch weiter bearbeiten will, dass mein Modell stimmt. Und wenn man dann sich so ein Rendering von außen anguckt, dann sieht man natürlich nicht, der Teufel steckt natürlich im Detail, das ist klar. Aber es war jetzt auch leider in kurzer Zeit auch nicht möglich, weitere detaillierte Sachen zu zeigen. Aber im Prinzip ist das so der Grundkonsens, wie wir arbeiten und wie einfach es letztendlich ist. So nochmal kurz zur Zusammenfassung. Ich glaube, brauchen wir uns nicht weiter darüber unterhalten, dass das Laserscanning eine einfache oder eine schnelle Sache ist, Daten zu erfassen. Ich kann das sogar machen, ich kann einen Scanner einschalten und das Einzige, was man beachten muss, ist, dass man eben mit großgenügenden Überlappungsbereich arbeitet, um die Punkte oder die Scans hinterher zusammenbauen zu können, damit das funktioniert. Und das Geld wird meines Erachtens nicht im Laserscanning verdient, sondern in der Auswertung verloren. Wenn Sie da nicht effektiv rangehen und einen sauberen Workflow haben, um hinterher ein gut strukturiertes BIM-Modell zu erstellen, dann ist das schon nicht so schön. Also wichtig ist letztendlich die effiziente Auswertung von 3D-Punktwolken und der Stellung eines BIM-Bestandsmodells. Das muss von vornherein ganz klar sein und das gehört auch mit zu den Aufgaben, die man, bevor man überhaupt so ein Projekt anfängt, mit dem Kunden klar verhandeln muss. Das war jetzt, ich weiß nicht, wie meine Zeit aussieht. Und wenn Sie noch Fragen haben, wir sind die ganze Zeit noch in der Geo, in der Halle 3.2, auf der BIM-Area und stehen gerne zur Verfügung. Schönen Dank. Schönen Dank.